Der Karlsruher SC und die SV Elversberg trennen sich 3 zu 2. Der Karlsruher SC jetzt seit fünf Spielen ungeschlagen, zumindest die letzten fünf Spiele. Und die SV Elversberg verliert jetzt zwar heute mal, hat aber als Aufsteiger eine fantastische Hinrunde gespielt. Mit 24 Punkten, darauf kann man auf jeden Fall stolz sein und in der Rückrunde auf jeden Fall aufbauen. Es war Burnitsch, der die Karlsruher sehr früh in Führung brachte, in der sechsten Minute. Und es wurde noch schlimmer für den SV Elversberg. Zivziwatze mit dem 2 zu 0 in der sechzehnten. Elversberg gefühlt nicht da, hat auf jeden Fall schlecht verteidigt. Das war deutlich besser zu verteidigen. Sind dann allerdings durch Wanner zum Anschlusstreffer gekommen in der 29. Minute, was dann auch der Halbzeitstand war. Karlsruhe ist besser in die zweite Halbzeit reingekommen und hat durch Martanovic wieder auf zwei Tore Vorsprung gestellt. In der 53. auf 3 zu 1. Das schien dann die Entscheidung zu sein, allerdings hatte Schnellbacher noch was dagegen, der zehn Minuten später auf 3 zu 2 stellte. Mehr ist dann aber nicht mehr passiert. Karlsruhe hat sich jetzt so ein bisschen gefestigt im, ich sag mal, Mittelfeld, so kann man es glaube ich nennen. Elversberg ist auch oben mit dabei mit 24 Punkten. Wie gesagt, von Elversberg, denke ich, hat man weniger Punkte erwartet als von Karlsruhe vor der Saison. Also für Elversberg auf jeden Fall eine sehr zufriedenstellende Hinrunde. Und der KSC hat jetzt am Ende der Hinrunde stark gespielt. Vielleicht ist dann in der Rückgröder noch was drin. Wie fandet ihr das Spiel? Schreibt es mir in die Kommentare. Bis zum nächsten Video und ciao. Bis zum nächsten Video.